Hallo und wir kommen zu einer Runde, keine Ahnung was, irgendwas mit Party, der Dominik ist auch irgendwo. Hallo, ich flieg hier einfach nur in der Gegend rum, ganz gediegen. Okay, Runde ist Ende. Wir haben keinen Plan, was jetzt auf uns zukommt. Ich stehe in dir. Okay. Ah, was ist das? Du musst durch die Löcher in den Toren hüpfen. Jetzt kommen da Löcher und dann musst du durch hüpfen. Oh, ey, Tachys Castle. Du bist vor mir. Normal. Wieso kannst du das so gut, du spielst das zum Essen noch? Tachys Castle. Jetzt bist du aber vor mir. Oh, ich bin stecken geblieben. Sprintest du noch dabei? Ja, ich glaube auch. Ich bin raus. Ja, ich bin auch raus. Bei mir hat es auch gerade dennen gemacht, weil jemand zu Ende war. Äh, das ist Seilspringen. Ja, das meinte ich mit Rauchwolken. Ja, das ist Seilspringen in Hardcore. Wo bist du? Ich seh dich. Ah, ich hab Angst. Ich bin raus. Ich auch. Ich seh dich. Hi. Hallo. Wo ist denn die Sprint-Taste? Bei mir ist es String. Steuerung. Nee, es ist der AG, mein ich ja hier. Genau. Ey, ihr kriegt übelst den Handkrampf. Ja, du hast ja auch kleine Hände. Ich glaube, das muss ich mir in den Raum legen. Ich weiß noch mal nicht wohin. Uh, ich bin durchdurch durchgeflogen. Aber dann leckt es bei mir, wenn ich so rumfliege im Spring. Also mit Steuerung hier weiter. Ja, bei mir auch. Werf ich? Oh, das ist das, glaube ich, mit den Farben auf dem Boden. Rot heißt schlecht, oder? Nee, das ist wieder was anderes. Das ist was mit TNT. Mit TNT? Ich hab TNT in der Hand. Ganz viel. Warum hab ich kein TNT? Und die haben auch TNT-Köpfe. Ich glaube, die müssen uns töten. Wow, ich glaube, ich hab mich selber umgebracht. Okay, das Spiel hab ich nicht gecheckt. Bist du? Fuck, okay, jetzt hab ich TNT. Wow. Ich hab auch jemanden umgebracht, glaube ich. Ach, sind wir noch dabei? Nee, ich bin gerade gestorben. Ich versteh's aber nicht. Ach, so, das ist Ste-Bock-Lauf-Bock. Ach, du musst das abgeben. Das ist die Bombe und du musst jemanden treffen. Und dann, wenn du keine Bombe bist, bist du safe. Und wenn du eine Bombe bist, bist du nicht safe. Ah. Das macht Sinn. Allerdings. Okay, der hat jetzt die Arschloch-Karte. Allerdings. Ach, die sind noch zu dritt. Naja, irgendwie... Jetzt nur noch zu zweif. Keine große Ausbau mehr, wahr? Oh, oh. Ich glaub, das wird nix. Hm, boom. Warum explodiert denn? Oh, okay. Das ist gerade passiert. Nächstes Spiel. Ich steh neben dir. Das ist hier. Dingsbum. Stuhl-Polonaise. Du musst dir nen Boot schnappen, wenn eins neben dir ist. Dafür muss aber die Musik aufhören zu schlagen. Ja. Geht so. Ab eins. Ich auch. Nice. Okay, wenn man gesagt bekommt, was ist, ist es geil. Okay. Boah, ey, ey, Sackgänger! Steffi, ich würd sagen, du bist tot. Ja. Jetzt kann ich dich von oben beobachten. Da ist er! Jetzt kann ich ja übelst sagen, wo du hin musst, aber das ist, glaub ich, cheat'n, ne? Ja, das ist cheat'n, das lassen wir. Okay. Krieg das auch alleine gebacken. Ja, jetzt wirst du sterben. Ich weiß. Ah, wenn ich schon mal das gesagt hab. Du bist vorbei gerannt! Ah! Ah! Ich hab's noch gebacken gekriegt. Leute, rennt doch nicht alle in eine Richtung. Jetzt auf einen, in einen, wie auch immer. Ich seh's. Ich bin unter den Top 3. Der! Jetzt wird's schwierig. Ja, das auf jeden Fall. Oh, nein! Nein, der Sack! Wo ist das andere? Oh, boy. Ich hab's gesehen. Ach, Mann, das war knapp, Alter. Ich hätt's fast vor ihm gehabt. Ja, okay, und jetzt gewinnt der Typ mit Gelb. In Gelb, wie auch immer. Okay. Okay, das war aber cool. Ich war dritter. Jetzt ist Pferde rin. Äh, das war ein Regenbogen-Vieh. Ich sprint nicht. Ich lauf schön chillig. Ja, den Anfang sprinnt ich. Weil du bist vor mir. Schön chillig durch die Gegend packen. Erste Kurve. Geschafft. Jo. Zweite Kurve. Da bin ich immer runtergefallen. Ja, ich auch. Und deswegen mach ich jetzt sachte. Ich auch. Bis vor mir, oder? Ich kann mir den Ding driften. Oh, oh. Nimm's halt driften, ne? Wuh! Oh! Scheiße, jetzt bin ich rausgefloren. Oh. Oh, oh! Oh! Ja, wegen dem Leck runtergefallen. So ein Scheiß. Das hättest du jetzt vor mir sein können. Der ist nämlich auch gerade runtergefallen. Ich lauf den Rest. Ja, den Rest. Was ist das? Okay, hattest du das schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das, wo der Boden die Farbe verändert. Rot. Ne, das war mit Weiß. Oh, der Boden löst dich einfach auf. Okay, auch eine gute Option. Ach, ne? Das ist wie das mit den Schafen. Du ziehst die Linie. Ne, ziehst du nicht. Du ziehst die Linie hinter dir her. Das Loch. Auf jeden Fall konnte ich gerade nicht. Ich hab mich gerade eingebaut. Selber ja. Ja, selber. Also du ziehst hinter dir die Spur her. Ja, weil man nicht springen konnte, hab ich verkackt. Ach, man konnte nicht springen. Das wusste ich gar nicht. Also ist das wie bei den Autos, was man früher mal gespielt hat. Ja, wie Tron. Genau. Wo bist du? Ich bin in der Luft. Oh, ich seh dich. Da. Wuuu. Ich bin dir genau gegenüber gewesen. Ich komme zu dir geleckt. Ach, da, ich seh dich. Hi. Ich bin durch dich. Jetzt bin ich... Ich kann nicht in dich. Was machen wir jetzt? Ich muss jetzt hier schießen. Hä? Wohin muss ich denn gucken? Äh, nach andere Richtung. Jetzt? Was muss ich abschießen? Richtung... Da fallen gleich Schafe runter. Oh, ich gucke in die falsche Richtung. Das erklärt's. Das hab ich doch gesagt. Ich glaube, ich hab noch kein Schaf getroffen. Ich hab auch keine Ahnung. Also, ich hab keins getroffen, mein ich. Ja, ja. Matthias sagt, ich bin gut. Ich steh recht in der Liste. Jetzt wollen wir mich mehr. Es nimmt ab. Da oben fliegt jemand. Stießen ab. Vielleicht gibt das extra Punkte. Da ist Hacker. Der hat keine Punkte. Du stehst auch drin in der Liste, sagt der Matthias. Mit dich. Ich bin vermutlich unter ihm, oder? Ja, Alter, ich bin Fünfter, oder so. Äh, jetzt hier Tiere jagen. Jetzt bauen gleich Hühner und Schweine und so. Und alles töten, was auf dem Boden ist. Okay. Ein Huhn. Kuh, Kuh. Eine Kuh. Ich bring drei Punkte. Oh, da kann man ja den Leuten auch die Dinger wegnehmen, die Punkte. Kannst du klauen. Jo, wenn einer so eine Kuh einmal angeschlagen hat. Aha, weg ist Nick. Da ist Kiss, Dealer. Da ist eine Kuh. Kuh incoming. Der Matthias steht auch schon hinter mir. Ich glaub, der spielt bei Nix mal auch mit. Ja, das macht ja auch sau Spaß. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, schade, ich bin nicht in der Liste. Bin ich drin? Nee, du warst auch nicht drin. Oh, was? Ach, das ist wieder der Scheiß. Ja, ich bin auf Dingsbums gekommen. Was ist das? Schneebälle sammeln und dann die Leute abwerfen. Also mit der Schaufel Schneebälle sammeln und dann abwerfen die anderen. Ich bin hier übelst unsicher, ne? Oh Mann, der Doppelik hat mich abgetan. Okay, ich wurde jetzt aber auch rausgekickt. Was denn? Ein paar Dörren vor niemandem. Ich wollte dich auch abschießen, du warst schneller. Ja, Steff, ich spiel auch Ego-Shooter. Wenn ich die Schnäuze voll hab, dann zieh ich dir einen Stecker. Einen Lahnstecker. Da bist du! Bist du wie weg? Da bist du? Du bist übrigens der Moth, die stehen alle in einer Gruppe und du hier so abseits. Ich bin hier gespawnt und guck hier den Leuten zu. Achso. Mal gucken, wer hier alles so ist. Hm? Hast du jetzt bei Tab gedrückt oder was? Nö, ich guck einfach so in der Luft rum, wer hier so rumfliegt. Da ist Patrick Star. In der Luft? Ja, in der Luft ist Patrick Star. Jetzt weiß ich auch, wie man bei der Hangar Games Map gleich am Anfang sterben kann. Wie denn? In dem man freizügige Skins hat. Hä? Ach, gekickt oder dann? Ja. Oder was? So in der Art. Jetzt! Hä? Und woher weißt du das? Matthias hat's mir vorgelesen. Oha? Woher hat er das? Guck mal, weil sie fummeln! Hä? Bei Patrick Star fummelt. Bei Patrick Star fummelt? Oder bei Patrick Star wird gefummelt? Jetzt darfst du nicht auf die Druckplatte. Ich bin tot. Ich bin tot. Das heißt, ich kann auch einfach durchrennen und versuche einfach keine zu treffen. Ich bin tot. Ich bin wieder tot. Bei Patrick Star fummelt. Okay. Du bist der erste am Ziel ist, ne? Ja. Guck mal, ich kann durchrennen. Oh ne. Hier hätte es beinahe bis zum Ziel geklappt. Äh. Geklappt. Na das Pferderennen hier geht noch locker klar, finde ich. Ich sehe mit gar nichts. Ja, ich sehe auch nicht viel. Noch Pferde. Ja, und mein weißes Kinn zu dem Pferd. Also, mein... Jackentechnisch. Okay. Galoppiere! Ich glaube ich bin der Liste. Ich bin irgendwie, äh... In der Liste. Gerade zumindest gewesen. Mein Pferd wackelt mit nem Schwanz. Ist das was Gutes? Weiß ich. Kannst du mit Sprint? Kannst du mit Sprint? Äh... Ja. Ich glaube, hier gibt's gar keinen Sprint. Ich glaube, wenn du Dings drückst, dann ist das Nitro. Kannst du mit Sprint sagen. Und dabei noch mit der Leertaste hier springen. Und ich bin, ich bin in der Liste. Jawoll! Ich bin neuenead, du kannst es doch... dictionary honoringrächtig não zu nerven... D PT! Auch wenn die Zinsliker überläuter! wo denn da ist das R steckt mit exchangenader?